Hallo Leute, also heute kommen wir zum zweiten Part von dem Let's Play Together von Marlo und mir. Ich habe vorhin die letzten Part in dem Haus beendet, bin jetzt irgendwie da oben auf dem Haus gespawnt, aber naja, egal. Wir haben jetzt einmählich wieder Tag. Ha, jetzt habe ich dir die Tür von der Nase zugeschlagen. Und jetzt spielen wir weiter. Ich wollte ja langsam mal in meinen eigenen Gedanken nach einer Mine oder ähnliches suchen. Und hast du mir einen Bogen gegeben? Nein. Ich habe einen Bogen in der Hand. Fail. Ich habe einfach einen Bogen bekommen. Es kann auch sein, dass du ein Zombie kennst. Nee, das passiert nicht. Das fallen lassen hat, aber naja. Ich nehme jetzt einfach mal die Erde. So. Und jetzt gehe ich mal auf die Suche nach wertvollen Mineralien. So. Bei Eisen oder sowas wäre ja schon gut. Eisen habe ich schon gefunden. Aber erstmal will ich noch die Höhle ein bisschen ausleuchten. Ähm. Ich gehe weiter holzen, ne? Ja, ja, gehe weiter holzen. Warum nicht? So, ich habe Eisen gefunden. Auch wenn es nur eins ist. Aber da unten ist auch noch was. Wo bist du denn? Unten in diese Mine reingekommen? Ja, ja. Jut, warte kurz. Aber die hört doch jetzt auf. Da ist nichts mehr. Oh, eine Ente. Eine Ente? Das ist ein Chicken. Ja, aber wenn wir sehen, dann ist das auch wie eine Ente. Okay. Hä, wo bist du? Ich bin rechts lang gelaufen. An dem Gravel. Hinter dir. Hier. Ah. Aber hier ist nichts mehr. Ja, warte, hier. Nimm. Was? Ja, hast du aufgenommen. Achso, du hast mir Brot gegeben. Danke. Habe es auch noch eins gemacht, aber alles ein bisschen. So. Ach, das sieht irgendwie hässlich aus. Irgendwie. Schönere Laufgarten. Hier ist noch. Achso, du hast den Brot reingemacht, ne? Hm? Den kannst du haben, wenn du möchtest. Ich spiele eh nicht so viel mit Brot. Okay. Achso, das Glas, das ist fertig. Ich mach mal das Eisen da rein. Damit wir uns da von der Spitzhacke bauen können. Ähm. Was brauchen wir da? Geben wir mal kurz Stein. Ich hab nur einen. Aber ich geh... Achso, das wollte ich farmen. Stimmt. Ich geh mal ein bisschen Stein holen. Vielleicht findet man ja hier hinten noch irgendwie eine andere Mine oder so. Das wär ja ganz cool. Ich brauch auch Fackeln. Ah, dann... Kannst du mal kurz Fackeln machen? Dann komm ich gleich sofort wieder. Achso, du bist auch unten. Hm, hab aber keine Kohle. Okay. Dann mach ich mir welche. Ehm. Fight! Du hast mich runtergeschubst. Hm. Bin ja auch Gangster. Bam. So. Hey, wo hab ich das jetzt fallen lassen? Lol. Stickys braucht man immer. Jetzt mach ich mir mal... 40... Ne, 32 Fackeln. Ich kann nicht rechnen. Ähm. So, und jetzt erforsche ich noch mal ein bisschen über die Mina, beziehungsweise guck mal hin, das Gravel, was da... Weil da ist ja meistens was hinter. Hm. Jedenfalls... Wo ist das? Ne, nicht hier? Da ist freigelegter Stein, dann geh ich mal kurz hin. Hm? Ja, wir haben hier eh so viele Berge. Guck, Chicken. Hm? Habe ich gerade eben auch schon gesehen, wo du mir hier entgegengekommen bist. Ist hier irgendwas? Aber wenn es das flirnt, kommt man vielleicht da raus. Gravel, Gravel, Gravel. Ne. Ist nichts anderes als Gravel. Doch, kann sein. Wenn du weiter nach hinten brunst. Habe ich ja schon. Okay. Ne, hier nicht. Ich gucke mal auf den Zwischenteil. Boah, ich hab hier nichts gegen Wasser, aber... Irgendwie nervt mich das ein wenig. Ich gucke mal hier einen Stein. So, jetzt 28 Steinen. Ähm. Ist das Clay? Ach nö. Jetzt ist mir meine Schaufel kaputt gegangen. Jo, das ist Clay. Was ist denn hier oben? Gibt's nix. Oder? Ah, ich seh den Namen. Okay, aber ich steine nicht. Ja, ich war gerade eben über dir. Äh, unter dir, ja. So, ich hab jetzt immer noch keinen Stein abgefarmt. Ich hab 28. Okay. Ich farm trotzdem noch ein bisschen Stein ab. Bisschen muss die Mine doch auch ein wenig schöner aussehen. Nee, eigentlich nicht. Aber bei mir müssten wir uns wirklich mal um ein schönes Haus bemühen und eine schöne Mine mal was Schönes finden kann. Oder sollen wir uns erstmal um unsere Essensvorräte kümmern? Klar, erstmal um Essen. Okay. Wenn wir dann in der Mine krepieren, bringt uns das auch nichts. Ja, ja, klar. Oder ich suche, ich geh mal eine Mine und suche mal Melonensamen. Ähm, dass wir dann das Melon machen können. Hoffentlich finden wir welche. Findest du welche? Ja. Oder du. Oh. Durch reinen Zufall. Ich hab einen echten Schaufelkonsum. Ich hab jetzt mindestens schon vier Schaufeln in der ganzen Zeit gemacht. Produziert. Hergestellt. Ausgeschieden. So. Nee, war nicht lustig. So. Lustig. Nee. So. Ein Bäumchen. Ich guck mal nachher, ob hier irgendwo hinten ein Loch ist. Boah, ihr Kühe. Wie mit eurem Muen. Ihr regt mich auf. Muu. Ich weiß, dass ihr gut drauf seid. Und ich euch Weizen werde, wenn ich euch Weizen gebe, dann werdet ihr geil. Das weiß ich auch. Aber trotzdem. Ah, ein Enderman. Verfolgt mich. Aber ich will ihn nicht angucken. Das kräftet mich an. Lava. Ich hab wirklich Lava gefunden. Okay. Guck mal. Alles klar. Loll. Boah, was geht denn hier mit den Dschungelbäumen? Alter, hier sind zwei Creeper. Die wollen mich sehr schön. Drei Creeper. Ah, hier hab ich einen Bug. Hattest du den nicht auch? Ja. Loll. Genau den. Aber da geh ich jetzt nicht hin. Aber nicht wieder, wo die die Welt der Scheiße generiert. Das kann auch passieren. Ah, ne Höhle. Wie geil sieht das denn aus, komm. Okay. Das ist das. Das ist ein Lian. So. Okay. Der Tobi rennt durch die Gegend. Und jetzt wird hier ein Ei auf den Boden. Und ein Ei gegen die Kuh. So voll die Fraser. Yay. Ah. Eisen. Geht doch. Ich hab' nur gerade ausgerannt. Also eigentlich müsste ich die Orientierung noch behalten. Eisen. Okay, WTF. Eisen. Was los? Guck mal wie viel Kohle und so ein Scheiß hier ist. So gut. Kohle brauchen wir. Und ich seh'n Creeper. So ein kleines grünes hüpfendes Ding da unten. So wie's aussieht, würde ich grad einen runter, aber naja. Kleiner perversling. Selber. Wahrscheinlich greift er dich dann an, weil du ihn erwischt hast. Oh ja. Ich hab' den. Wie geht das eigentlich bei Creepern? Okay, ich will's gar nicht wissen. Wir nehmen ihren Kopf und treiben da so dran rum. Okay. Der Kopf sieht doch aus wie ein Penis. Ja, so ein bisschen, ne? Aber wenn man sich mal vorstellt. Wie machen die, ja. Wie machen die kleine Creeper-Babys? Kleine Creeper-Babys. Scheiß, ich hab die Orientierung verloren. Weißt du, dass man auch Babyhunde züchten kann? Babyhunde? Mhm. Ja, wie das denn? Ich glaub' auch mit Weizen. Okay. Ah, das wird geil, wenn man ihm Weizen gibt. Okay, das ist Minecraft. Oder Fleisch. Oder Fleisch. Ah, ich glaub' ich hab' so halbwegs... Oh, wie ist unser Haus ein wenig klein? Das sieht man irgendwie aus der Ferne nicht. Über die ganzen Lianen vor meiner Fresse. Sieht man hier auch nix. Glöd. Ah, ich hab' irgendwann im Dschungel. Und dann ist das Haus bestimmt auch nicht weit. Jetzt kann ich hier nicht mehr springen. Ich hab' ein Stück'n Brot isst. Wusstest du, dass wenn du Fleisch isst, das wesentlich länger hält, als wenn du Brot isst? Hm. Ich hab' den Kohlenhydraten. Klar. Bei Minecraft gibt's auch Kohlenhydrate. Hm. Und Fett und Eiweiß. Ich weiß, dass es hier Kohlenvorkommen gibt. Loll. Guck dir mal die Spinne an. Okay. Wow. Die ist voll auf LSD. Mir ist es abgestürzt. Nee, ist wiedergekommen. Yay. Krass. Äh, Jaku. Ja. Kamikaze. Okay. Kamikaze. Guck mal, man kann mit Fackeln Lianen wegpappen. Okay. Kann man nicht mit Fackeln fast alles wegpappen, was flüssig und so ist? Hm, Lianen sind sehr flüssig. Ihr euch dir recht. Ja, die haben flüssige Eigenschaften. Da geht auch Universum Saft durch. Ich glaub, wir sollten uns mal die Koordinaten von unserem Haus aufschreiben. Dass wir auch, weil wir tief im Dschungel sind, wieder zurückfinden, weil ich find jetzt grad nicht mehr zurück. Okay. Warten. Hm, minus 30, 64 und minus 105. Minus 30, sagst du? Ja, minus 30 und 64. Ja, okay. Ähm, ja. Ich weiß nicht warum, aber ich hab irgendwie Spaß dran, ein Baumhaus zu bauen. Das hier ist unsere kleine Zwischenhütte, wo wir alles drin lagern. Achso, das will ich gar nicht alles mitnehmen. Oh, die kann ich da reinbäbben. Ich hab schon zwölf Eisen. Ähm, Gravel brauch ich nicht. Oh, es wird Nacht. Nein, brauch ich nicht. Ich weiß, was wir machen. Sind dir nicht grad eben Schafe oder sowas mal begegnet? Ein Schafes mir begegnet. Okay. Ich weiß, was ich mache. Ich geh mal auf Schafsuche. Okay, WTF, guck dir das an. Okay. Hm. Wow. Ich hab fast da reingefahren. Ach, du Schande. Okay. Ich geh mal kurz raus, wieder rein. Ja. Okay. Leck. Lecker. Ah, Pilze. Können wir jetzt Pilzsuppe machen? Ja, geht wieder. Pilzsuppe ist eh das Beste. Kann man eigentlich rote Pilze züchten? Ja, aber man muss den großen Pilz machen. So. Knochenmehl, ne? Ja. Wir brauchen eindeutig eine Pilzkuh. Wir müssen Kühl mit Pilzen füttern. Wenn das gehen würde, das wäre echt cool. Geht leider nicht. Ja, ich weiß. Aber trotzdem. Das wäre richtig cool. Minus 30. Hm? Oh, Spinner. Ah. Oh, Creeper. Ich seh dich. Oh. Die Spinner ist schnell. Ja, ist die. Kling, kling, kling. Ich hab's eingesammelt. Ich bin schon Level 3. Oh mein Gott. Ah. Eine Baumkuh. Guck dir das an. Das ist eine Spider-Kuh. Spider-Kuh, Spider-Kuh. Vorsicht davon, das ist ein Creeper. Ich lasse einfach mal mitten durch. Wow. Das sind drei. Fällt mir grad so auf. Und zwei Endermen. Wir brauchen eindeutig ein Bett. Wir müssen uns eindeutig ein Bett anschaffen. Sonst haben wir ein mächtiges Problem. Ja, ich bin drin. Wow. Ich nehm, äh, schwimmt mir irgendwas hinterher? Ja, ein Creeper. Okay. Sag, ich dachte auf dem Land, der ist hier am hinterherlaufen gewesen. Okay. Krass. Ich hab zwei Eier. Wow. Ich mach uns mal ne runde Pilzsuppe. Ja, Baby Chicken. Ja, Baby Chicken. Achso. Das reicht ja, wenn ich einmal... So. 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 Ja. Okay, mal vier. Drei, vier. Drei, vier. Drei. Ich hab vier. Vier 40 Kohle. Ich mach dir zwei Pilzsuppe da rein. Bringt nun nochmal viel. Bringt vier Stück. Jetzt mach ich auch die letzte Suppe. Was bauen wir uns als erstes aufs Eisen? Ähm, ich würd' sagen Spitzhacken, oder? Okay. Oder sollen wir erst Schwert? Oder zuerst Schwert. 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 Okay, Schwert. Mach mal zwei Schwerte. Ähm. Danke. Ey, das sieht voll cool aus auf dem Text. Guck dir mal meins an. Okay. Schlitz, schlitz, schlitz. Wie so ein kleiner Deutsch. Brust-Check. Buckdusch. Komm, wir machen mit Sprung. Es geht nicht. Ich dring dich in die Ecke. Ach, stirb doch einfach. Ich wäre fast auf den Schalter gekommen und vor unserem Haus ein Creeper. Und ich bin... Hallo Creeper. ...äckige kleine Viecher. Aber naja. Ich denke noch eine Minute. Können wir noch machen. Aber dann sollten wir uns auch mal wieder verabschieden. Weil... Unsere Zeit ist Geld. Geld ist Zeit. Zeit ist Geld. Ist das gleiche? Stimmt. Nein, nein. Wir haben Zeit. Wir haben ja noch Ferien. Aber naja. Okay. Dann war's das erstmal wieder für diesen Part. Und dann sehen wir uns in ein paar Tagen wieder. Bis dann, Leute. Ciao. Hi, Leute. Hier ist euer Tobi. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann drückt auf die Spitzhacke. Da kommt ihr direkt zu den anderen Videos. Oben rechts ist das erste Minecraft Let's Play Together mit Malo. Also der Part 1. Und unten rechts ist das dritte Let's Play Together, was demnächst rauskommt. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis dann, Leute. Ciao.